und da kommen wir zur fortsetzung von doom eternal map 4 ja dass die das die allererste map die ich meine gesamten let's play-karriere quasi in zwei parts aufgeteilt habe einfach weil die map zu lang ist wir haben allein für das was wir bisher geschafft haben eine dreiviertel stunde gebraucht und bei dem wetter habe ich echt keinen bock zwei stunden am stück vom rechner zu setzen das ist das ist nicht gut bei dem wetter schon gar nicht weil ja ist also lange rede gar keinen sinn sonst dort noch länger alt das war jetzt die falsche ja jetzt können wir quasi wandela spielen gut die hundbar habt ihr wahrscheinlich gerade sowieso nicht gesehen weil sie außerhalb der norm war nein wir nehmen natürlich hier meine session mit das da das macht auch mehr sinn ja denke ich mal klingt doch schon recht viel besser und dann die tunel ach ja die stelle okay hier hat man aufgeräumt gehabt genau hier hat man aufgeräumt gehabt okay so easy no problemo und unsere rüstung gleich wieder zur hälfte verkauft was und was denn? ach das war die arme, wow nee das war keine rüstung, das hab ich nicht aufgenommen ah box of rockets, box of rockets, goddammit das tut noch weh, na klar, was? oh, fahrstuhl danke, äh ok, boah hat er drei türen, wird mich verarschen? ah ok wir können also auch mit fahrstuhl runter, das ist natürlich geil, so sagt er die tür von der wir reinkamen, also muss ich hier rein wow, das erinnert mich grad extrem an ähm ja solche sachen wie haarfleck und ähnliches, so ne waschräume und so boah alter sieht schon echt geil aus nice ok das hat echt was leider keine secrets, oder? ne ok gut, hier geht's auch nicht weiter, da brauchen wir aber was, da kommen wir also auch nicht durch ähm, dann gehen wir mal ähm, dann gehen wir mal moment hier mal wollen die durch? ne, ne? doch, man kann da durch ah lol ist der glück hab ich grad auf die map geguckt, ey ist ja was? wer will die? äh, ich hab Käsekuchen wer will ouch ok, alle sollen mal weg oh nein, ich sektre noch mehr Gäste hier, die äh, keiner braucht nein nein gleich schon oh da unten geht's was? auch nö, oder? auch nö boah alter ist das alter huh was hat das denn grade für ne Aktion her alter sieht das hier geil aus nice nice wo geht's weiter? da geht's weiter lach dich doch wow oh, man, ich wollte grad nach rechts ausweichen, aber da war noch ne Wand ich hab falsch alter ah thanks ähm ähm doah, alter ist das krank geil einfach gibt's hier noch Munition? ne, eh nicht so ich will mal schon auf die map gucken, vielleicht ist ja hier noch was, aber sieht nicht so aus äh, wo war's jetzt so? da alter ist das geil hier wo ähm ach, hier wollten wir mal verarschen da da komm mal her Mistgeburt da komm mal her ähm, ja ähm, ja kann man nicht durch ähm, ja kann man nicht durch hallo hallo ähm, ja ähm, ich würde gerne hier was geht doch ähm, ja ähm, ja ähm, ja scheiß ernst hier klar, der trifft mich natürlich auch noch ähm, ja Leute, macht einfach mal hin ähm, ja ähm, ja Ah! Ah, da! das war ja wieder so klar. Oh, jetzt ist wieder der rum hier. Okay, wir sind wieder da, wo wir aufgehört haben. Es ist das scheiße, halt nie, öffnet sich. Ja, und schon ist sich nur zu. Alter, ist das mies. Also bis gerade eben dachte ich, das ist eine geile Map, aber mit so einer Aktion verdeppt du mich schon wieder den Spaß. Okay, gut. Ähm, oh, okay, das ist... Wie viele denn noch? Oh mein Gott. Ach, okay, plus ein roter. Äh, noch mehr hier? Hallo? Okay, gut. Das geht ja noch. Scheiße. 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 Ja, komm mal hin. Digga, wie würde ich leben, habe ich denn bitte? Okay, sieht gut aus. 53 Prozent? Das ist, ähm, hat für Kabel. Wo sind der? Auch da. Nein. Oh Mann, ey. Halt, wieso treffe ich mich denn überhaupt? Digga, wie viel ich... Ich hab ihn jetzt fünf Mann in dieser fucking Scheiß-Schrotze getroffen. Wie viel hält dieser Hurensohn eigentlich aus? Ach, Mann, Alter. Ja, ich hab kein Bock mehr. Ja, ist doch gut jetzt. Ey, wir haben noch über 100 Gegner vor uns. Äh, okay. Also, ich geb der Map noch 20 Minuten, die hab ich in der Zeit nicht schaffen. Dann machen wir schon drei Teile drauf. Ist mir auch sowas total egal. Ganz ehrlich. Dafür ist mir das Wetter kurz geknackt, um hier so eine Aktion zu machen. So. Speichern. Nein. Spach. Boah, Alter. So. Jetzt überlegen, was machen wir? Was haben wir für Waffen? Ähm, ich hab keine Ahnung. Komm, hier ganz ehrlich. Danke dafür. So, wir haben noch 30 Prozent Leben. Das klingt ganz gut. Ähm, Klammern nicht. Ähm. Es gibt auch keinen Halbpack, kenne ich's ja gar nicht. Wo ist dieser scheiß Pink jetzt? Ist da was? Nee, jetzt machen wir nochmal. Ähm. Okay. Machen wir nochmal. Äh. Sieht besser aus. So, wo ist der Pinky? Wo ist der Pinky? Hallo, Pinky? Boah. Ähm, nein. Ah, der kommt dann. Okay. Huh. Ähm. Oh, der ist noch weiter. Ähm. Da gibt's hier keine Healthpack. Warum gibt's hier keine Healthpack? Ich hasse euch alle. Kein Zwiebel, kein nichts, kein gar nichts. Leck mich doch. Oh. Lol. Wie alt ist das denn hier bitte? Hä? Oh, manche. Faden. Ach so, was? Blödsinn? Wow. Alter, wollt ihr mich ruinieren? Ich hab mir das lieber gemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin nicht bereit für sowas. Geht alle weg. Danke. Oh, ich bin vervoll. Nice. Ja, ich weiß, das war... Eigentlich schieb ich mir sowas generell auf, aber... Nee, heute mal nicht. Heute hab ich doch sowas absolut... Nee, also ne, also wisst er schon. Es ist ja auch so scheiß fucking dunkel drin. Hä? Hat das mal Luft hier? Hallo? Ähm... Äh, oh. Äh, ja doch, kann man gebrauchen, danke. Okay, mehr nicht. Gut, Rokos können wir nicht gebrauchen. Da sind wir gerade schon voll. Und es geht wieder weiter. Also, ich... Ich muss eins sagen. Ne, also optisch sieht das hier absolut genial aus. Ey, das ist echt geil. Ich weiß auch nicht genau, was das darstellen soll. Also, ob das einfach wirklich nur eine Kanalisation sein soll. Oder ob das hier irgend so ne, ja, Raffinerie oder... Weil hier sind auch so Maschinen zwischenzeitlich ab und zu. Aber es sieht halt auf jeden Fall arschgeil aus. Oh, blaue Karte. Das, ähm, ist hoffentlich, ähm... Ja klar, warum nicht? Mach ich privat auch immer. Ähm, halt jung. Auf jeden Fall. Also, altet man so zumindest nicht. Hehehehe. Ähm, okay. Wow. Ja ne, warum nicht? Danke, danke. Danke. Ähm, was auch immer hier gerade passiert ist, ich hab... Keine Ahnung. Wo bist du? Oh, 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 ho, 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 ho. Ruuuuh. Och, nö. Ernsthaft jetzt? Guck mal her! Ach, man kann wieder nicht durchschießen. Aber doch klar. 1, 2, 2, 2, 1! 1, 2, 2, 3, 2, 1! Wo willst du denn? Was willst du denn von mir? Wer erfindet so eine Kappe? Oh, schönes Muster. Hä? Jetzt konnte ich nicht drauf drücken? Oder muss ich mich auch noch beeilen? Okay. Geht doch. Ist ja gut jetzt. Komm halt her. Geht doch. Uh, gleich noch Spölschern hier. Boah. Alter, wir haben eine Scheiße an Leben. Ah, danke. Huh, ha. Ey, was soll denn das? Warum muss man jetzt hier nicht so beeilen? Ich hasse Sachen, wo man sich beeilen muss. Ich will nicht mehr leben. So, da waren wir gerade drinnen. Hier war ein Schalter. Was jetzt? Achso, wir haben eine blaue Karte. Heiß und ich kommen wieder raus. Yay. Ah ja, war klar. Ich habe euch nämlich schon gehört. Ich habe euch quasi erwartet. Ja, wo ist die Waffe? Egal. Äh, jetzt sind wir wieder zurück, oder was? Scheint so. Na gut. Ach nee, zurück können wir doch gar nicht. Weil doch die Tür ist, die zugegangen ist. Außer, die ist auch wieder aufgegangen. Das wäre natürlich ultra super super geil. Ja, ist wieder aufgegangen. Aber das klappt. Und jetzt sind wir da lang. Danke. Ja, sehr intuitiv gemacht. Das Ganze auf jeden Fall. Danke. So, jetzt haben wir eine blaue Karte. Wo immer wir mit einer blauen Karte hin. Ah, ich sehe schon. Hallo? Danke. So, wir müssen da hoch und oben links. Sieht man schon einen blauen Strich. Also da, wo quasi dieser Pinky war. Äh, Quatsch. Der, ähm, ähm, der Lache. Äh. Mancubus. Mancubus, genau. Also dieser Feuertyp da oben. Da müssen wir hin. Auf Wiederfahrt, der war doch klar. Ich speichere aber erst mal. Ich speichere ich nochmal. Ähm, okay. Oh. Ja. Ich habe euch auch nie. Ich habe euch quasi vermisst. So. Alle weg, alle weg. Also wenn ich jetzt schon die Map sehe, ich habe echt Schiss schon vor der nächsten Map. Also To Me Turtle. Nice. Auf jeden Fall echt geil. Nur halt fürs Let's Play. Na, wollt ihr mich denn verarschen? Tschüss. Tschüss. Huh. Äh, fürs Let's Play auf jeden Fall eher so, naja. Ach, siehst du, jetzt können wir auch so Rocket Launcher hier verwenden. Tschüss. Tschüss. Haha. Noops. Geil. Bist du, auf der Entfernung sind die Dinger natürlich absolut top. So. Haben wir gleich mal hier zwei, zwei, äh, Feuerdinger da. Nee, das lasse ich da erst. Oh Gott, wir trinken jetzt hier wieder. Alter, ist das hier mies. Hä? Oh. Dass jemand 55 mal klicken muss. Ähm. Irgendwas brennt hier. Achso. Was brennt denn hier? Ah, bin ich ja mal gespannt. Alter, hier brennt etwas extrem. Ach, so eine Tonne. Okay, gut. Äh, wieder rüber. Oh, ist das hier? Ach, das war der Raum, wo wir drinnen waren, wo hier das Ding hochgegangen ist, wo hier umfangs drauf war. Ich weiß zwar nicht mehr was, aber das war der Raum. Ja. Das war der Raum mit den Räumen in dem Arsch. Äh, oder was? Äh, so, wir müssen da hin. Boah, alt ist das geil. Klappe. Ich hab gesagt, hier ist geil. Hallo. Danke. Äh, nein, die war für mich jetzt nicht, weil ich... Scheiß hier, Kacke, Arsch, Kacke, Arsch ist Kacke. Arsch. Äh. Ihr wollt mich doch ruinieren. Ihr wollt mich doch hart ruinieren. Ey, wir haben noch 80 Gegner vor uns. Bande. Oh. Ja, stirb halt. Warum hat der nicht geschossen? Man sieht aber halt... Och, du Kacke. Ach, du Kacke. Och, nö, nö, ne. Boah. Alter, ich war schwanger. Was? Wo denn? Äh, was geht hier ab? Äh. Nee, oder? Also, entweder, ich hab mich grad verguckt, ja, und ich wünschte, ich hätte mich verguckt. Oder aber, da oben sind fucking Plasma-Spinnen. Ich frage jetzt mal, wo. Höh? Oh, nö. In dem Grünzeug drinnen. Alter, da hinten müssen wir auch rein, weil da ist schon so ne Rüstung, ähm, so ne Suit, so ne Seat, so ne Sweet. Sugar Baby. Oh, kann man ja hoch. Lol. Ist jetzt schon wieder? Also, da ist auch ne Spinne. Ach, du Kacke. Ich will sterben. Ich will sterben. Also, die Map wird auf jeden Fall ein Dreiteiler. Das kann ich euch mal sagen. Äh, ne. Das ist, ich glaub, das wird, ähm... Äh, äh... Boah, Alter. Ist das geil. Also, irgendwie... Wie gesagt, fürs Let's Play. Na? Ist natürlich Bullshit. Ich meine, ich möchte hier nicht an einer einzigen Map zwei Stunden sitzen. Aber... Jetzt mal abgesehen davon. Rein gestaltungstechnisch. Ist das halt wirklich einfach ulkrageil. Ähm... Okay, 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 okay. Ich meine, what the fuck. Guckt euch das mal an. Das ist doch... Ah! Ah! Ist da, wenn die doch eigentlich Dotto irgendwie aktiviert, ja, ne? Sollte eigentlich. Ah, Gameplay. Ja, ist aus. Sehr schön. Äh, sehr schön. Okay. Cool. Okay. Ähm... Hä, hä, hä? Ist da jemand? Ja, aber... Ähm, danke. Hä? Wie kommen die nicht her? Ach so, weil das hier so ein Runterkrieg hat. Okay, ich guck doch auf. Ja, komm doch mal her. Boah, Alter. Ernsthaft jetzt? So, was ist das mal speichern hier? Äh, es tut mir leid. Ich hab nichts gesagt. Hallo? Das ist ein Schalter, oder so? Ja, ist ein Schalter. Was ist das mal der gemacht hat? Das werden wir wahrscheinlich auch herausfinden, oder auch nicht. Oh. Oh. Ähm. Kommt, dann ehrlich. Hier. Die Map ist mir einfach zu lang, um jetzt auf sowas zu achten. Ganz ehrlich, da, äh, verkneipe ich mir das mal lieber. So, äh, die Frage ist, wir müssten das wahrscheinlich rüber. Denke ich einfach mal. Ähm, könnten wir hier uns relativ glimpflich rüber? Ähm, hier zum Beispiel. Und dann können wir... Ah, natürlich Schaden bekommen, war klar. Oh Gott, diese Spinne. Ich fühl mich grad wie bei Harry Potter. Hehehe. War klar. Das war so klar. Vor allem, ich seh sie halt absolut nicht. Das ist so hart deprimierend. Oh Gott, das ist so hart. Was ist das? Hehehe Alle wach? Oh nee, da ist noch einer Arschloch! Achtloch! Ihr habt deine Mutter gefickt Oder was? Uäh? Ähm, 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 ähm... Gut, ich geh jetzt noch mal auf die andere Seite, mal gucken was da ist Weil hier geht es scheinmal nicht weiter Nee, geht nicht weiter Ich auch nicht mehr... Aha, da ist ein Eingang, okay Ah, sehr schön Boah! Boah, Alter, schreck mich doch nicht so Boah, Alter, guckt euch das schon wieder an Keine Kette Hm... Speichern Ist er jetzt tot? Weiter... Ja, ist das... Oh... Boah... Alter... Habt ihr den Arsch offen? Wie kalt ihr das denn mal bitte aus? Boah... 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 Es wird krank geil Jo, das ist... Boah... Ich weiß nicht, ob wir die Kette haben sollten Oder ob das jetzt doch noch drei Jahre dauert Boah... 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 Wie viele denn noch? Ich hab Freunde und Kinder zu genießen Ist das auch noch jemand, der stressen möchte? Nein... Oh... Doch... Nein, nicht wieder Okay, sieht ruhig aus Äh... Gibt's dir mal einen Schalter? Ha... War doch klar Ähm... Okay, diesmal nicht Boah... Normalerweise ist das ja immer einen Schalter gewesen Hm... Na gut, lassen wir das mal Was war das jetzt? Gut, ich schätze mal, als nächstes müssen wir auf jeden Fall hier rein Ähm... Hä? Okay Ach, wow Ähm... Warte mal ganz kurz Ja, es wird wieder... Wiederschaltbarer Schalter Hat aber damit nichts zu tun Hä? Wo kommen wir denn da rein? Also der Robi hat keinen Sinn, keinen brauchbaren... Hä? Ich... Ich... ...belieg das grad nicht wirklich... Hilfe... Ich bin verblut. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Oh! Ah lol! Home sweet home! Wir sind wieder daheim. Wow! Ach, hier sind wir! Jaaa! Guck mal auf die Kultzener. Okay. Die Frage ist so, wo sollen wir denn jetzt hin? Was sollen wir jetzt machen? Weil wir müssen irgendwie an die gelbe Karte rankommen. Das klingt sowas von absolut gar nichts. Ich höre auch noch welche. Wow! Hä? Achja! Wow! Boah! Boah! Alter! Ehe! 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 Oh nein, nicht ohne los, Sauls. Ihr habt doch echt den Arsch offen hier, oder? Da ist ein... Waffenverschwendung der Munition. Boah, ey. Alter, hätte er mich hier auch noch mit Pain-In-Mittels rumschlagen. Aber das gibt es heute gar nicht. Ah, war doch klar, war doch da. So, einer. Einst du jetzt? Ihr macht mich fertig, ganz ehrlich. Ich bin nachdenklich. ich will nicht mehr leben ich merke krass, vielleicht als wir die ganze Zeit so rumlaufen, weil das ist ja quasi wie so Nachtsichtgericht, weil so sehen wir halt einfach gar nichts und so sehen wir halt einfach alles ok ja, das war wirklich nice das ist wirklich ne geile Idee als ich darauf noch nicht früher gekommen bin erschüttert mich grad ein bisschen ich weiß nicht wie weh, bekomme ich grad echt hart auf die Fresse also was Schmerzen angeht lego mio wollt ihr mich ficken die lebt immer noch bleibt nochmal still hier boah ne, hallo, danke Mann, nein, das da hier hab ich noch hart verarschen jetzt schieb dir auf halt boah da kriegst du da Christian da kriegst du richtig, äh, ey, kriegst du einfach, halt einfach alles, ne kriegst du, also das sieht interessant aus oh ja Munition können wir grad echt gut gebrauchen oh, hier geht's wieder hoch oh Gott, wieder zwei Türen oh Gott, wieder zwei Türen nein, ach mein Gott, ich hab halt richtig ausgemischen äh, bitte noch weiter rein oh so, wo ein Eingang? ach jo oh uah uah bitte nicht hauen ja, gegen eine Wand schießen bringt halt nichts, Junge weiter, drei tatsächlich, Alter boah besser rast das vielleicht nicht von mir ähm okay ja, wir müssen mal ach, das war die gelbe Türen, wo wir vorhin waren okay wir sind also quasi am Ende ähm, was auch immer da ist vollkommen ich bin gespannt wir haben noch 40 Gegner vor uns knapp ähm ich zieh einfach mal eins und Ding an und dann gehen wir mal wieder hier raus ähm ich hab keine Ahnung, wo ist das Spiel hin zum Beispiel ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin oh ich bin oder ich bin ich bin ich bin Boah. Ich hab schon wieder gefasst. Man, oh, was will das Spiel echt von mir? Ey, komm, auf jetzt hier. Diese Aggression. Ich schwimm mal nochmal so ein Ding hier. Boah. Wir haben noch zehn Gegner vor uns. Und Spider-Marcement ist eins davon. Wo geht es jetzt weiter? Da. Warum ist jetzt schon wieder welche? Wo denn? Oh, Manni. Okay, wir haben auch Raketen. Das gefällt mir ganz gut. Das heißt, wir können also hier ein bisschen aus... Das war halt ein bisschen unter. Hat du oft nicht wehgetan? Das ist doch nicht gesund. Du musst also die ganze Zeit im Krieg-Modus laufen. Hier ist ein Scheiter. Oh, Manni. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht zu, was wir jetzt sind nicht gut. Oh, Manni. Das ist doch nicht so, was wir noch... Ich glaube, es ist doch nicht so, was wir noch haben. Ach, ich würde sagen, was wir jetzt... Oh Gott, ich bin im, ähm, 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 ähm. Geh doch. Und jetzt? Ach, okay. Das war das Ende. Ja, die kommt. Vielleicht haben wir es auch direkt drauf zu kommen. Ja, lol. Okay. Kann ich mir jetzt nicht mit der Spinne sparen? Ey, das war ja mal ein Nepp, ne? Das war ja mal... Buh, ja. Warum sieht die mir so geil aus? Das ist ja auch geil aus hier. Okay, ne, äh, aufhören. Ende, 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 Ende. Das war erfrischend. Okay. Na, und ich merke auch gerade, die Hauptdämpfe kommt echt langsam. Von daher, schau mal auf. Ja. Tschö. Ja. Ja. Ja.